Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute geht es mal um die Frage, was ist eigentlich Bildrauschen bzw. wie entsteht Bildrauschen bei der Fotografie? Das Bildrauschen bei der digitalen Fotografie. Jeder, der mal mit dem ISO-Wert ein bisschen hochgegangen ist, also nicht mehr im ISO 100 fotografiert hat, sondern vielleicht ISO 1600, 3200 oder höher, dem ist aufgefallen, dass das fertige Bild dann irgendwie nicht mehr so klar aussieht. Es ist irgendwie verpixelt. Es enthält ein sogenanntes Bildrauschen. Wie entsteht jetzt aber ein Bildrauschen und warum entsteht es, wenn der ISO so weit hochgesetzt wird? Mit dem ISO verändert ihr die Lichtintensität eures Sensors. Jeder Sensor besteht aus einzelnen Bildpunkten. Diese einzelnen Bildpunkte zeichnen bei der Fotografie die Lichtinformation auf. Je nach Größe habt ihr unterschiedlich viele Bildpunkte auf eurem Sensor und entsprechend viele Informationen fallen auf euren Sensor. Habt ihr einen APS-C-Sensor, gibt es nicht so viele Informationen, die rauffallen. Habt ihr einen Vollformat-Sensor, fallen natürlich mehr Informationen drauf. Jedes dieser Bildpunkte zeichnet jetzt ein Lichtsignal auf, was in der Summe euer komplettes Bild ausmacht. Habt ihr den ISO 100, ist der Lichteinfall optimal. Wird das Licht jetzt schlechter, dann verstellt ihr den ISO, um trotzdem eine korrekte Belichtung zu haben. Was ist der ISO bei der digitalen Fotografie? Der ISO ist quasi nichts anderes als ein Lichtverstärker in der Kamera. Das heißt, der Bildpunkt bleibt ja gleich, aber die Kamera verstärkt künstlich die einfallende Lichtinformation. Und je mehr die verstärkt wird, diese Lichtinformation, desto öfter kann es passieren, dass es zu Fehlinformationen kommt. Also zu fast Pixelfehlen, kann man sagen. Das Ganze ist so ähnlich wie bei einer Tonaufnahme. Wenn ihr ein Mikro habt und ihr sprecht laut und deutlich in dem Mikro, dann habt ihr eine gute Tonaufnahme. Wenn ihr jetzt aber ganz leise in dem Mikro sprecht und ihr geht vielleicht sogar ein Stück zurück, dann könnt ihr natürlich eure Stimme in der Aufnahme nachträglich ein bisschen lauter machen. Aber dann gibt es ein Rauschen, dann gibt es so ein Hintergrundrauschen. Und das stört natürlich die Aufnahmequalität oder die Qualität von der Audioaufnahme. Und so ähnlich ist es quasi auch bei der Fotografie. Je höher ihr mit dem ISO geht, desto mehr verstärkt künstlich eure Kamera die Lichtinformation, die Bildinformation, die auf den Sensor fällt. Und je mehr Störfaktoren können auftreten. Das heißt, ihr habt quasi Fehler in der Aufzeichnung eures Bildes. Und das ist sogenanntes Bildrauschen. Das tritt in der Hauptsache als Farbrauschen auf und wird sehr deutlich, je dunkler ein Bildbereich ist. Also je dunkler Bereiche im Bild sind, je höher ihr dort den ISO eingestellt habt, desto mehr Bildrauschen werdet ihr in eurem Foto haben. Bildrauschen kann man nachträglich reduzieren. Aber was leidet immer darunter? Definitiv leidet die Schärfe des Fotos darunter. Und auch die Farbwiedergabe leidet darunter auch. Also es kostet dann schon sehr, sehr viel Arbeit, das Ganze nachzubearbeiten. Bildrauschen, seht ihr also, ist ein Problem der digitalen Fotografie, das Bildrauschen per se. Denn durch hohen ISO wird einfach nur künstlich durch einen entsprechenden Verstärker in eurer Kamera die Bildinformation, die vorhanden ist, verstärkt. Und dabei kommt es zu Fehlern bei der Aufzeichnung und das ist ein Bildrauschen. Also ganz einfach erklärt. Und wie immer, ISO ist dein Freund. Das heißt, wenn du fotografierst, dann versuch den ISO so gering wie möglich zu halten. Dann, wenn möglich, gehe lieber mit der Verschlusszeit weiter runter. Also belichte länger, um einen möglichst geringen ISO zu bekommen. Das soll es gewesen sein. Kurze Information, kurze Erläuterung, wie Bildrauschen entsteht, was die Ursachen vom Bildrauschen sind. Ich hoffe, die Information aus dem Video konnte dir ein bisschen weiterhelfen. Zu verstehen, warum dein Bild rauscht, warum es eben so ein bisschen krisselig ist, wenn du mit dem ISO so weit hoch gehst. Wenn ja, dann lass mir fürs Video gerne einen Daumen hoch da. Und wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen, dann abonnier doch einfach meinen Kanal. In diesem Sinne, bis dahin. Bis zum nächsten Mal.